Tag, da seid ihr zum ersten Tex-Modus und man seht gegen Nordstadt oder so, glaube ich, die ist die Mannschaft. Mit einer Mannschaftsstärke von 589. Ja, das war das Handy und wie ihr seht in 10 Minuten nichts los. Die erste Chance verlängert einen Einwurf zu Jan Lüneburg, der eine Vorstellverdienung aus 4m nur knapp flachen Tor vorbeischießt. Jetzt sind wir dran. Eine sehr gute Chance für uns. Schöne Frage von Milat auf Tim Werke, der das Leder an den Querlatte verlängert. Er geht schnellst und bringt den Ball irgendwie per Kopf aufs Tor. Wirkt überrascht, reagiert zu spät und kann schließlich erst klar hinter der Linie abführen. 1-0 BV Kloppenbuch, Niemeyer. Schön, dass er hier gleich shoot anfängt. In unserem ersten Tex-Modus der Liga will den Ball auf kurz vor das Verlangen, aber Christian Willen ist einem Moment eher am Ball und kann die Ecke vor Ugo's per Flugkopf beiklären. Gelbe Karte von Ugo's trifft die Absicht um. Der Ball war längst weg. Rote Karte wäre die richtige Entscheidung gewesen. Okay, das ist auch schon mal schön. Unser Mannschaft sieht ja schon gut aus. Hier eine 1,0. Ich sag mal weiter so. BV Kloppen ist gut in der Defensive. Hat derzeit wenig Mühe. Sich den ungenauen Angriff der Suche der Gastgeber zu wehren. Nur die nächste Chance. Ein Schuss von Tim Werke wird von Miroslav zur Ecke abgeploppt. Okay. Erste Eckball für uns. Wilat schlägt drin. Am draus fängt die Ecke sicher ab. Okay. Der Drohwand. Wacht du scheiße. Verletzung. Nee, ist klar. Ein Volk liegt da. Ein Volk von Miroslav verletzt am Boden. Das sieht nicht gut aus. Er muss das Spiel behandelt werden. Hoffentlich kann er weiter spielen. Schein steht alles gut für den Werke. Bis jetzt kommt er noch nicht. Wie die Ecke von Mirat per Kopfklären trifft dabei die Latte des eigenes Tors. Noch einmal Eckball. Da würde er sich am liebsten unter den Rasen verstecken. Das hätte schief gehen können. Latte. Gucken wir mal die Statistik an. Wir haben drei kleine Schuhe und eine Riesenchance. Jetzt haben wir noch eine. Da. Gute Chance. Mirat. Weiß nicht ob er rauslaube oder auf der Linie bleiben soll. Bleibt dann gegen Christian Westerfeld doch Sieger. Okay. Wir sind ja die Roten. Wir haben 58 Prozent Ball besitzt. Okay. Wir müssen doch auswechseln. Nee, das ist kacke. Mann ey, das war unser bester zur Zeit im Sturm. Ich kenne aber nur ein Spiel. Er hat schon seine Stärken jetzt zeigt mit seinen 66 Tore. Oh, jetzt haben wir einen guten Ball. Eine Balle. Jetzt kommt der erfahrene Mann. Wir haben Strafraum. Kann durch ein Voll von gestoppt werden. Und. Uh. Freistoß. Niesmeier. Er sucht direkt mit einem Freistoß aus 19 Meter. Stefan Thüringen hält ohne Probleme. Schön, schön. Also bis jetzt läuft ja alles nach Plan wie 4 1 0. 2 Minuten werden angezeigt. Noch mal eine Chance ey, wenn das jetzt. Wir finden uns zu einer tollen Parade. So nach eben zuvor, äh, Börn Nalda sich gegen Tim Hofmann in einen H2 Kampf durchgesetzt hatte. Ja, wo die haben aber ganz schön viele schauen, ne? Und der Stefan Theelig schon wieder der beste Spieler oder was? Der hat's draus. 1,5. Außer die Offensive, die, 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 die ist einfach. Die ist einfach. So, können wir mal gleich loben, den Torwart, den Theeling, den Hofmann loben wir auch. Die beiden motivieren, dass mal vorn was kommt. Und, äh, was machen wir noch? Okay, da hat sich nichts geändert. Dann machen wir die Frische hier so, pop, 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 pop. Dreimal. Ja, das sieht sehr gut aus. Wir verlieren jetzt nicht mehr. Ne, verlieren werden wir das nicht mehr. Hoffe ich mal. Wir können auch die Statistik mal angucken. Schüsse aufs Tor 3. Die hatten nur 2. Uh, uh, Ecke 3 hatten wir. Erfolgreiche Pässe 108. Ballbesitz. Fitnesschancen. Okay. Wenn da nichts wird, werden wir die Links- oder Rechts-Außen noch einmal auswechseln müssen. Und eigentlich die Milat, die ich nicht so schlecht finde. Weil das hat ja nichts weißen. Eine Lücke der Verteiler und startet durch der. 100, verkürzt geschickte Winkel und kann den Versuch eines Hebers problemlos fangen. Ey, der Theeling ist ja echt stark. Die nächste, ah, jetzt Konzentration. Oh. 100% hier der Weiß drin. Mit einem genialen Pass auf Ugoos. Aber der Retsch für Tim Hofmann catcht. Opferungsvoll dazwischen. Das war wirklich mit allem letztem Einsatz. Ruhigungsruhig. Ruhig. 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 Taktik. Vielleicht noch ein bisschen mehr Einsatz. 60% unserer Angriff kam über die rechte Seite. Echt die Abwehr noch ein bisschen nach hinten zu ziehen. So, dann pressen wir ein bisschen mehr. So. Machen wir mit mal so. Probieren wir es jetzt mal mit langen Bällen. Oh nein. Und nein. 100% hier. Nee, legt schön auf. Auch für Jan Nürnberg. Aber der Verzicht da. Muss der junge Stürmer mehr draus machen. Die Bälle werden... Balle. Die Bälle werden jetzt hier rausgekloppt. Vorsichtig. Spielen wir jetzt. Abstoß weg damit. Pressing. Mit einer Stunde Ballbeugeung im Mittelfeld. Tim Pascal Wohlfahrt. Jetzt aus dem Halbfeld flanken wir. Die Eckenmitte. Okay. Vielleicht hätten wir noch jemanden in der... Spezial. Hat mit einer Akutate Flanke von Lolo Amero. Seine liebe Mühe. Aber fängt die Ball letztlich doch. Oh, wenn der uns schon wieder den... Sieg oder den... Punkt rettet. Das wäre schön. Der Stefan Tiening. Der ist ja wirklich stark. Die Ecke ist Sache von... Hugo. Lange. Schaut lange. Der Beste. Der so bringt die Kuhle noch. Hoch hinein. Aber Tim Hoferköpft. Der Ball wieder aus der Gefahr. Oh, der nächste verletzt. Der Kapitän Christian Willen. Er kann gestaubter Zeh. Hab ich schon gemacht. Ich sag mal hinten dicht. Es sind nur 164 Zuschauer da. Die Auswechslung. Neun Minuten bloß Nachspielzeit. Jetzt wechseln sie normal. Philipp Koch kommt für... Geran Toskos. Felsfall von BV Klopp Mogo. Lolo Amero liegt nach einem... Zweikampf verletzt auf dem Rasen. Christoph Felsfall. Aus. Und schon kann Ammero weiterspielen. Eine klare Falle von... Jan-Marc Schneider... ... wird von 50er Christoph... ... die Trittzeit... ...konsten... ... mit einer gelben Karte gehandelt. Jetzt kommt hinten dicht, Jungs. Die letzten zwei Monate ist der zweite Sieg. Ja. Schlusspfiff. BV Klopp hat damit... ... maximale Anzahl von 6 Punkten... ... zum Auftakt der Saison... ... eingefahren. Das scheint super. Lieder Stefan Theening... ... der hatte da erste Spiel... ... auch so überragend. 1,5... ... der hält uns in die Liga... ... wenn er so weitermacht. ... mit sein erstes zu erwartet... ... doch... ... von Osenabrück hinweg... ... und der hat die Vorlage gegeben. Oh hoffentlich... Oh, zwei Wochen. ... nervenstarker, autorischer 66... ... die hat uns heute gefehlt... ... das hat man gesehen... ... zweiter Halbzeit... ... nichts mehr los. Und der Andreas... Oh, der hat 51... Oh, das... ... das ist schlecht. Lolo am Mario... ... ok, keine Ahnung... ... keine Ahnung wo der herkommt... ... so gehen wir mal... ... Statistik... ... so... ... Teamsteiger Spielende... ... ok... ... jetzt wartet mal... ... jetzt wird abgehustet... ... 1... ... und so... ... da geht's weiter... ... Schüsse... ... die hatten auch sogar... ... Klaben... ... mehr Schüsse... ... Schüsse... ... die hatten auch sogar... ... Schüsse auf 2... ... hatten sie 3... ... Schüsse vorbei... ... 2... ... 5 schon... ... sie hat eine Chance... ... sie ist sofort drinne... ... Freistoß 1... ... Fouls 1... ... die 2... ... erfolgreiche Pässe... ... 202... ... gelbe Karte... ... hatten sie 2... ... Ballbesitz hatten sie dann... ... mehr in der 2. Halbzeit bestimmt... ... Zuschauer 82... ... 82... ... und Spieler ist da... ... Stefan Teeling... ... der Himmel war... ... während das ganze Spiel... ... leicht bewegt... ... 18 Grad... ... ja... ... Schiedsrichter Christopher... ... leitet die Partie... ... ganz hervorragend... ... steht da eigentlich... ... Oma was anderes... ... oh... ... der SV Meppen... ... oh... ... da kenne ich jemanden... ... der Moor... ... ich glaube der hieß... ... Moor... ... Moor IP... ... Moor IP... ... ist er nicht... ... der spielt mit den SV Meppen... ... auch FM... ... auch in Let's Play... ... nur Stimmen... ... der Stefan Teeling ist ein... ... Ulga Pool... ... Pool Rieser... ... wenn sie glauben sie haben... ... einen blöden vor sich... ... dann sind sie bei mir ganz richtiger Adresse... ... ganz richtiger Adresse... ... aus Deutsch... ... aus Deutsch Kevin... ... Spieler Statistik... ... Tim Hofmann natürlich... ... mit 1,5... ... und Stefan Teeling zum zweiten Mal hintereinander... ... da ist er denn hier... ... der Daniel Latkowski... ... der sieht ganz schön jung aus... ... den kann man sich mal... ... ok wo kommt er hier... ... aus der Jugend von VfL... ... Teamleistung... ... ne 3,0 Braunschweig... ... oh... ... bester Spieler... ... Alexander Neumann... ... der sagt mir irgendwas... ... äh... ... äh... ... wie heißt er denn... ... war halt nicht Fußball mit... ... äh äh... ... Van Bergen... ... der hat den doch auch gehabt... ... den Alexander Neumann... ... war das der... ... der war auch Stürmer... ... ich weiß nicht mehr... ... ja... ... muss leer... ... und der Masern muss leer... ... wer könnte nicht... ... ihn wollte ich nur rumhaulen... ... der müsste sich eigentlich... ... bei er wieder zurückholen... ... er hatte ja auch dieselbe Stärke... ... eine 960 oder so... ... der hätte er locker auch... ... in der ersten Mannschaft spielen können... ... bei ihm dann... ... der hat sich ja richtig stark entwickelt... ... der Netzplayer... ... gucken wir nochmal auf die Ergebnisse... ... Lübürger SK Hansa... ... die wollen ja eigentlich gar nicht... ... dieses Hansa... ... ich hab keine Ahnung... ... die werden irgendwie so... ... die Fans wollen das nicht... ... aber der Verein... ... oder irgendwie so... ... habe ich was gelesen... ... darüber... ... ne Lübürger SK Hansa... ... die haben sich schon eigentlich gefreut... ... dass sie wieder SK heißen... ... oder so... ... wie eine... ... ETSV Weiche... ... dann gewinnser 1-0... ... VfB Oldburg gegen... ... Satt Pauli... ... 2-2... ... Braunschweig 1-1... ... gegen TSV... ... Haze... ... Braunschweig... ... okay... ... das Ding wohl nicht mit dem Wappen... ... habe ich probiert... ... hat nicht funktioniert... ... dann spielt auch eine... ... gegen Hannover Zweite... ... VfR und Neumünster... ... Goslar... ... Hamburgs... ... oh... ... Hamburgs Zweite... ... verliebte Titel... ... ich habe 3-0... ... und gewinnt 4-1... ... so schön... ... 1-0... ... und dann... ... mit gern das Spiel... ... oh... ... Werder Bremen... ... ja... ... Werder Bremen... ... nicht mehr das mal was waren... ... oh... ... zwei verletzte... ... verletzte Spieler... ... ist ja... ... nicht... ... belastet... ... die Gehaltsliste... ... das ist... ... Hamburg... ... Sporte... ... diese Wahl... ... Deutsche für Behinderte... ... darf man ja nicht sagen... ... ne... ... nichts Behinderte... ... für... ... für Leute... ... für mich... ... ne... ... ich bin ja nicht mehr... ... ganz geil... ... ich bin ja nicht da... ... dann müssen wir... ... den Müller Bernhard... ... und den... ... Christian Willen... ... für den... ... Antrieb... ... so wie es... ... von den beiden... ... Torlicher... ... besser... ... und der... ... der Spiel auf jeden Fall... ... aber es ist... ... und der hat... ... eine schlechte... ... ist... ... nervenschwach... ... oder... ... doch... ... oder schwache Nerven... ... auch so... ... das ist not good... ... ja... ... also... ... mit dem Training... ... haben wir... ... Quatsch... ... hatten wir da schon alle... ... okay... ... Team Herr Schi... ... ja... ... der Tilling müsste hier schon... ... Anführer sein... ... zwei Spiele... ... Weltklasse... ... der Dieb... ... von Neapel... ... zu... ... zu... ... Tottenham Hotspores... ... 17,7 Millionen... ... 1... ... FC Zürich... ... Schweizer haben auch... ... sehr schöne Talente... ... wenn man so guckt... ... Shaqiri... ... den... ... Jan Sommer... ... den... ... Frei... ... oder wie er ist... ... ja... ... äh... ... der... ... kommt nicht auf die Namen... ... Vornamen... ... Frei... ... und was noch... ... nicht den Alexander Frei... ... von Dortmund... ... der war da ich bitte... ... sondern der andere Frei da... ... naja... ... da komme ich nie auf den Namen... ... wie heißt der denn nochmal... ... ist ja ja... ... den Fabian Scheer... ... der ist ja auch gut... ... äh... ... die haben... ... die Schweizer Minutemannschaft... ... naja... ... die kennt's...